Achtung Aufnahme, hier seht ihr mein neues GVC TD V711 Dreikopf Dual Capstan Tape Deck. Gereinigt, bisschen eingestellt und Testkandidat ist eine Fuji Metal Z, so eine Kassette, die ich gerade eingelegt habe, auch schon BIOS eingemessen habe nach Gehör und dann starten wir mal jetzt die Aufnahme. Aussteuerung maximal plus 7 dB. Das Licht ist noch immer. Das Licht ist noch immer. Das Licht ist noch immer. Original, jetzt und die frische Wandermame Einmal Echo bitte und die frische Wandermame Einmal Echo bitte